Ja, Herr Fuchs, Sie waren ja vorher für die Stadt Ulm tätig im Event-Management-Bereich. Was hat Sie denn jetzt dazu bewogen, sich hier in der Stadt Neu-Ulm als City-Manager zu bewerben? Einmal zu sagen, von der zweiten Riege in die erste Riege aufzusteigen, war natürlich eine super Chance und die Herausforderung, die ich annehmen wollte. Und in Neu-Ulm gibt es noch viele Sachen, wo man neu installieren kann und wo ein sehr spannendes Feld ist. Welche Ihrer Charaktereigenschaften, würden Sie denn sagen, passen besonders gut zu diesem Beruf? Man muss offen sein, man muss kommunikationsfähig sein, man muss mit den Leuten umgehen und auch repräsentativ sein, viel Elan mitbringen, Freude an der Arbeit und auch sagen, es ist kein 9-to-5-Job, also es ist auch mal um 20, 23 Uhr in der Öffentlichkeit.